Musik Es ist letztendlich eine Kontrolle, es ist also keine lebensbedrohliche Verletzung dabei. Ursache, wie ich schon sagte, wissen wir zurzeit nicht. Ergründen wir noch und kann ein Reizgasangriff gewesen sein, kann alles mögliche gewesen sein. Wie gesagt, wir erkunden noch und haben zurzeit neun Verletzte und dabei wird es dann auch bleiben. Musik 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 Musik